Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, deine fürsorgliche und unterstützende Art macht dich oft zu einem Ansprechpartner für Freunde und Angehörige, die schwierige Zeiten durchmachen. Die Menschen vertrauen dir und sehen in dir einen verlässlichen Freund, besonders wenn das Leben hart wird. Dein aufrichtiges Interesse und deine Hilfsbereitschaft haben dir den Respekt und die Bewunderung der Menschen in deinem Umfeld eingebracht. Indem du immer für andere da bist, hast du dir ein starkes Netzwerk von Menschen aufgebaut, die zweifelsohne für dich da sein werden, wenn du Hilfe brauchst. Heute könntest du den Wunsch verspüren, deinen tiefsten Sehnsüchten und Wünschen nachzugeben. Es ist wichtig, dass du im Wohraus planst, um diese Gelüste auf gesunde und bewusste Weise zu befriedigen. Kaufe frühzeitig für das Abendessen ein und entscheide dich für eine nahrhafte und gemütliche Mahlzeit. Du kannst gesündere Versionen deiner Lieblingsspeisen aus der Kindheit zubereiten, sodass du deinen Gelüsten nachgeben und dich trotzdem um dein Wohlbefinden kümmern kannst. Wenn möglich, lade nach dem Essen andere ein, mit dir spazieren zu gehen, um dich nach dem Essen körperlich zu betätigen. Nutze diese Gelegenheit, um dich auszuruhen und dich zu pflegen, indem du deinen Instinkten folgst und Entscheidungen triffst, die deine Gesundheit und dein Glück fördern. Vielleicht hast du heute das Gefühl, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dieses Unbehagen hängt wahrscheinlich mit einer kleinen Notlüge zusammen, die du vor etwa zwei Wochen erzählt hast. Auch wenn du diese Lüge anfangs für harmlos gehalten hast, scheint sie jetzt ungewollte Folgen zu haben. Es ist wichtig, dass du dieses Problem ehrlich ansprichst und die Verantwortung für dein Handeln übernimmst, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Bereite dich darauf vor, dich heute auf interessante Gespräche mit interessanten Menschen einzulassen. Eines dieser Gespräche könnte sich als besonders fesselnd erweisen, denn die Macht des Gesprächs hat das Potenzial, sowohl erheiternde als auch beängstigende Veränderungen in deinem Leben auszulösen. Vielleicht entdeckst du, dass du mehr mit jemandem gemeinsam hast, als du dir je vorgestellt hast. Um die Bindung zu vertiefen und sie persönlicher zu machen, musst du offen und ehrlich über deine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen sprechen. Nimm die Gelegenheit wahr, dich auf einer tieferen Ebene zu verbinden, denn diese Ehrlichkeit kann zu bedeutungsvolleren und erfüllenderen Beziehungen führen. Im Bereich der kosmischen Energien verspricht diese Woche wunderbare Überraschungen, die Freude und einen neuen Sinn für Wunder in dein Leben bringen werden. Das Universum arbeitet zu deinen Gunsten und richtet die Umstände so aus, dass sie dir positive und glückliche Momente bescheren. Egal, ob es sich um ein unerwartetes Geschenk eines Freundes, einen lang ersehnten beruflichen Durchbruch oder eine zufällige Begegnung mit einem besonderen Menschen handelt, der Kosmos hält eine wunderbare Überraschung für dich bereit. Um diese aufmunternden und glücklichen Ereignisse in vollen Zügen zu genießen, musst du offenherzig und empfänglich sein, um die Freude, die sie bringen, zu empfangen. Denke daran, dass das Leben reich an schönen Überraschungen ist, die darauf warten, entdeckt zu werden. Heute steht der Krebsmond im Einklang mit dem rückläufigen Uranus und schafft eine elektrisierende Atmosphäre, die zu Authentizität und emotionalem Ausdruck ermutigt. Dieser kosmische Einfluss befähigt dich, aus dem Herzen zu sprechen, ohne Angst vor Verurteilung oder Missverständnissen. Deine Emotionen werden für andere transparent sein, was eine offene und echte Kommunikation ermöglicht. Nutze diese Gelegenheit, um authentisch zu sein, deine wahren Gefühle mitzuteilen und so tiefere Verbindungen und harmonische Beziehungen zu fördern. Heute ist ein Tag, an dem du dich mit anderen auf einer tiefen Ebene verbinden kannst, indem du deine innere Wahrheit annimmst und deinen Gefühlen vorbehaltlos freien Lauf lässt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 5 der Münzen steht für Not, finanzielle Herausforderungen und ein Gefühl des Mangels. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht eine finanzielle oder emotionale Belastung spürst. Sie steht für eine Zeit, in der du mit äußeren Umständen kämpfst, die dich vielleicht in Bedrängnis bringen. Die 5 der Münzen ermutigt dich, dir Unterstützung zu holen, wenn du sie brauchst, egal ob es sich um finanzielle Hilfe oder emotionalen Trost handelt. Sie erinnert dich daran, dass du deine Herausforderungen nicht allein bewältigen musst. Neben der 5 der Münzen liegt die 5 der Schwerter. Diese Karte steht für Konflikte, Wettbewerb und die Notwendigkeit, deine Interessen zu schützen. Sie steht für eine Zeit, in der du mit Widerständen konfrontiert wirst oder dich in Streitigkeiten verwickelst. Die 5 der Schwerter fordert dich auf, bei Konflikten vorsichtig zu sein und deine Schlachten weise zu wählen. Sie erinnert dich daran, dass Gewinnen um jeden Preis manchmal zu Isolation und Unmut führen kann. Als letztes haben wir die Mäßigung. Diese Karte steht für Gleichgewicht, Harmonie und das Finden eines Mittelweges. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gegensätzliche Kräfte zu vereinen und ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Die Mäßigung ermutigt dich, das Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen zu suchen. Sie erinnert dich daran, dass Mäßigung und Geduld zu einem harmonischen und erfüllten Leben führen können. Zusammen ergeben die 5 der Münzen, die 5 der Schwerter und die Mäßigung eine Kombination aus Herausforderungen, Konflikten und dem Bedürfnis nach Gleichgewicht und Mäßigung. Nimm heute die Energie der 5 der Münzen an, indem du dir die Herausforderungen, vor denen du stehst, eingestehst und bei Bedarf Unterstützung suchst. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten, egal ob es sich um finanzielle oder emotionale Unterstützung handelt. Gleichzeitig verkörpere die Energie der 5 der Schwerter, indem du bei Konflikten vorsichtig bist und dich für Lösungen entscheidest, bei denen Harmonie wichtiger ist als das Gewinnen um jeden Preis. Vermeide unnötige Konfrontationen und suche, wenn möglich, einen Kompromiss. Kanaliere die Energie der Mäßigung, indem du ein Gleichgewicht in dir selbst und in deinen Beziehungen findest. Bemühe dich um Mäßigung und Geduld, während du die anstehenden Herausforderungen und Konflikte meisterst. Heute ist ein Tag, an dem du dich Herausforderungen und potenziellen Konflikten stellen musst und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Mäßigung verspürst. Nimm die Energie der 5 der Münzen an, indem du dir deine Herausforderungen eingestehst und Unterstützung suchst. Nutze die Weisheit der 5 der Schwerter, wenn du Konflikte mit Vorsicht angehst und nach Lösungen suchst, bei denen Harmonie im Vordergrund steht. Denke daran, dass Ausgewogenheit und Mäßigung der Schlüssel zur Harmonie in deinem Leben sind, besonders in schwierigen Zeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Widerstandsfähigkeit und Vorsicht meistern und das Potenzial haben, inmitten von Widrigkeiten ein Gleichgewicht zu finden. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020